Was ist die Problematik der Betroffenen? Betroffene leiden selbst unter ihrer Unkonzentriertheit, ihren Stimmungsschwankungen und ihrem angesteuerten Verhalten. Klassenkameraden können diese Verhaltensweisen nicht verstehen und Lehrer stört zusätzlich die Unruhe, Ablenkbarkeit und Langsamkeit. So wird die ohnehin oft angespannte Situation des Unterrichts zu einer besonderen Herausforderung. Verständnis für die Ursachen der ADHS sind die Voraussetzung für Akzeptanz. Trotzdem müssen Grenzen gesetzt werden und den Betroffenen ihre störenden Verhaltensweisen zurückgespiegelt werden. Um es vorwegzunehmen, es gibt bei den Betroffenen keinen Knopf zum Ausstellen. Die Maßnahmen in der Schule können auch keine Therapie ersetzen. Und es gibt auch kein Patentrezept. Denn so unterschiedlich wie die Rahmenbedingungen in den einzelnen Schulen, die Lehrkräfte, die Klasse und wie die Betroffenen selbst sind, so individuell muss man nach Möglichkeiten suchen, um den Umgang für alle einfacher zu gestalten. Alle in der Klasse sollten davon profitieren und müssen sich wohlfühlen, auch die Lehrkräfte, denen bei oft zu großen Klassenstärken ohnehin schon viel abverlangt wird. Hilfreich ist für Betroffene ein fester Sitzplatz in allen Klassenräumen, weit vorne in der Nähe des Lehrers, wenn möglich allein auf einer Sitzbank und nicht direkt am Fenster. Um den Ablauf des Unterrichts durch ständiges Ermahnen nicht unterbrechen zu müssen, können abgemachte Zeichen oder Signalkärtchen mit klaren Anweisungen von Vorteil sein. Und manchmal sollte man einfach über die eine oder andere Auffälligkeit drüber wegsehen, um den Unterricht am Laufen zu halten. Kleine Tätigkeiten wie zum Beispiel die Tafel abzuwischen oder das Einsammeln von Materialien kanalisieren den Bewegungstrang von ADHS-Betroffenen und verschaffen oft Erleichterung. Auch Bewegungsspiele für die gesamte Klasse helfen, die Aufmerksamkeit und Konzentration aller wieder zurückzuholen. Was die Schüler mit ADHS dringender benötigen als alle anderen Schüler, ist positive Verstärkung. Manchmal hilft auch schon ein Lob bei Teilerfolgen, um das geringe Selbstvertrauen zu stärken. Sinnvoll können aktuelle Vorsätze sein, an deren Umsetzung sich die ganze Klasse in dieser Woche versucht. Wie zum Beispiel erst etwas sagen, wenn man aufgerufen wird. Die Vorsätze lassen sich oft besser durchsetzen, wenn die Schüler selbst Vorschläge einbringen dürfen. Verstärkerpläne, also eine Art Belohnungssystem bei der Einhaltung von Abmachungen, können genauso helfen wie sogenannte Wenn-Dann-Pläne zur Verbesserung der Handlungskontrolle und Selbstregulierung des eigenen Verhaltens. Auch wenn ADHS-Betroffene es den Lehrkräften und den anderen Mitschülern nicht immer leicht machen, bedeutet es ihnen sehr viel, ein geachtetes Mitglied in einem Klassenverband zu sein. Ich will auf jeden Fall ich selber sein. Ich möchte aber auch von anderen Menschen respektiert werden. Nein, aber ich möchte auch von anderen Menschen respektiert werden. Und ich möchte aber auch dasselbe schaffen, also sozusagen eben dieser große Stolz in mir. Ich will dasselbe schaffen wie andere. Mobbing kann verhindert werden, wenn Schüler lernen können, ADHSler besser zu verstehen und ihnen klare Grenzen setzen können, mit einem klaren Nein, statt endlosen Diskussionen oder Raufereien. In den Pausen sollten die Mitschüler die ADHS-Betroffenen nicht allein lassen und sie in ihre Spiele einbeziehen. Gute und überraschende Ideen gehören zum Repertoire der ADHS-Betroffenen. Ebenso wie Witz und mitreißender Scharren. Auch in der Schule sollte ihnen die Chance gegeben werden, diese Stärken zu zeigen und weiterzuentwickeln. Mir ist es letztlich wichtig, dass die ADHS als eine Verhaltensvariante anerkannt wird und nicht als das Störungsbild gesehen wird, was im Grunde Kinder von vornherein ausschließt von bestimmten Aspekten oder Teilhabe an bestimmten Gruppen. Was so gesehen wird, dass man es im Grunde wie eine Krankheit behandeln muss und ansonsten ist es mehr oder weniger unmöglich, dass diese Personen in der Gesellschaft ein normales Leben führen. Und insgesamt auch die Information darüber, dass es einfach durch eine genetische Disposition von Anfang an Kinder gibt, die ein besonderes Verhalten zeigen, sich schwerer tun, sich in Gruppen einzufügen, sich in Gruppengemeinschaft dann auch zu konzentrieren und dass man auch die Pädagogik ausrichtet auf solche Kinder und nicht nur diejenigen bedient, die letztlich gut selbstgesteuert im Alltag sich bewegen. Ich finde, die Gesellschaft muss bereit werden für ADHS. Die Gesellschaft braucht Menschen mit ADHS.